Ich lege mich auf diesen Massagetisch, beim Kopfstück mit diesem Loch vorne. Sie kennen das vielleicht, wenn man den Kopf reingibt, damit man dem Lurch beim Vorbeilaufen zuschauen kann. Kann man dann anschauen. Und sie beginnt zu massieren, weiß ich noch genau. So links hinten beim Schulterblatt, sehr motiviert. Eine zierliche Dame, aber man möchte es nicht glauben. Zwei Daumen. Ah, tut er weh. Ja, das haben Sie richtig erkannt. Das tut er weh. Und sie noch mehr. Das ist ein guter Punkt, ein Schmerzpunkt. Ah, tut er sehr weh. Ja, das tut er jetzt schon sehr weh. Schon ganz rot. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, Gerhard, und das ist jetzt die Rache. Das ist die Rache für den Krieg, den Österreich mit China im Jahre. Und dann ist mir eigentlich vorhin, Österreich hat nie einen Krieg mit China geführt. Die mag mich einfach so nicht. Also wenn sie mich nicht mögen können, sie es einfach sagen. Ja, ja, und weiter. Dann sagt sie, fühlst du auch? Denk mir, mir ist wurscht, ich spüre es eh nicht mehr.